Hallo und herzlich willkommen da draußen. Wir machen heute weiter mit der 5. Einheit BGBAT im Erstsemesterkurs. Und in der letzten Folge haben wir uns ja bereits zusammen den objektiven Tatbestand einer Willenserklärung angeschaut. Heute geht es logischerweise weiter mit dem subjektiven Tatbestand einer Willenserklärung. Auch hier gibt es drei Prüfungspunkte. Das Schema haben wir uns ja bereits zusammen angeschaut. Und wir prüfen hier im Grunde jetzt nicht mehr, was irgendwie ein objektiver Dritter aus der Sicht des Erklärungsempfängers durch eine potenzielle Handlung oder Erklärung des Erklärenden, was er dadurch sieht oder was er darin erkennen kann. Sondern wir schauen uns jetzt an, was der Erklärende selber möchte. Deswegen auch subjektiver Tatbestand einer Willenserklärung. Fangen wir an mit dem allerersten Punkt und das ist hier der Handlungswille. Sprich, im Grunde geht es darum, dass der Erklärende überhaupt den Willen dazu gehabt haben muss, eine konkrete Handlung zu vollziehen. Das ist im Grunde regelmäßig anzunehmen. Also der Handlungswille wird eigentlich in einer Klausur vor allem auch eigentlich nie problematisiert werden. Wirklich nie. Es ist im Grunde eigentlich nur dieses theoretische Wissen. Dass man wirklich weiß, wann liegt der Handlungswille eigentlich mal nicht vor. Und hier gibt es im Grunde drei bzw. vier Fälle, bei denen der Handlungswille gerade nicht gegeben ist. Das ist der Fall bei Handlungen im Schlaf, bei Handlungen im Zustand der Bewusstlosigkeit, bei Zwangshandlungen, auch Wiss Absoluta genannt. Und auch bei sogenannten Reflexbewegungen. Ich werde euch jetzt an dieser Stelle, ihr seht das Ganze, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, okay, wie kann man denn bitte eine Handlung innerhalb einer Bewusstlosigkeit vollziehen oder im Schlaf? Ich weiß, das sind wirklich Fälle, wie ich bereits gesagt habe, in einer Klausur wird das gar keine große Rolle spielen. Okay, ich gebe euch jetzt trotzdem ein paar Beispielfelder, damit ihr so versteht, wann denn mal der Handlungswille nicht vorliegt. Erstes Beispiel. A ist Tourette-Patient und kann nicht selber kontrollieren, was er sagt. B, sein Nachbar möchte gerne seine alten Inlineskates loswerden und bietet sie A zum Schnäppchenpreis von 100 Euro an. A sagt in einer Tourette-Attacke, ja, ich kaufe, obwohl er die Inlineskates gar nicht haben möchte. B besteht auf Zahlung. Für diejenigen, die nicht wissen, was Tourette ist, ich denke mal, die meisten wissen es, das ist eine Krankheit, bei der man Dinge sagt, die man eigentlich gar nicht sagen möchte. So würde ich es jetzt zumindest beschreiben. Und wir würden natürlich hier den Fall haben, dass wir eine Zwangshandlung haben. Also du bist absoluter und diese Zwangshandlung, die führt dann dementsprechend nicht dazu, dass wir überhaupt einen Handlungswillen haben. Weil im Grunde hatte A ja keinen Handlungswillen. Er hat nur gesagt, ja, ich kaufe, weil er eben unter diesem Zwang leidet. Dann das nächste Beispiel. Carolina C und David D leben schon seit zwei Jahren zusammen in einer Wohnung. D weiß, dass C im Schlaf gerne mit sich selbst redet und beschließt auf diese Art und Weise, den Goldschmuck seiner verstorbenen Großtante loszuwerden. Er fragt C im Schlaf, möchtest du den Goldschmuck meiner Großtante für 30.000 Euro erwerben? C erwidert im Vollschlaf, ja, sehr gerne. D besteht auf Zahlung. Ein sehr, sehr gemeiner Fall natürlich. Es ist natürlich hier auch so, wir haben hier die Abgabe einer, in diesem Fall wäre das eine Annahme durch die C im Schlaf. Und dementsprechend lag bei der Ziche, logischerweise, da sie geschlafen hat, auch hier kein Handlungswille vor. Und es wurde somit keine Willenserklärung abgegeben und auch somit keine Annahme erklärt. Und somit ist kein Kaufvertrag zustande gekommen, logischerweise. Das dritte Beispiel. Hans H befindet sich auf einer öffentlichen Versteigerung, bei der das Handheben als Abgabe eines Angebots gewertet wird. Kurze Anmerkung, die öffentlichen Versteigerungen werden in dieser Folge eine große Rolle spielen. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Als Sitznachbar S von H einen heißen Kaffee über die Hose des H schüttet, schreibt dieser auf und hebt beide Arme vor Schmerzen hoch. Auktionator A wettet das Handheben des H als Angebot und H bekommt den Zuschlag für eine alte Ming-Vase zum Preis von 3.500 Euro. Frage wäre jetzt auch hier, hatte der H hier Handlungswillen? Naja, ich meine, im Grunde war es so, dass der H die Hände hier nur hochgehoben hat, weil der S ihm heißen Kaffee über die Hose geschüttet hat. Dementsprechend hatte H gar nicht den Willen, überhaupt eine Handlung zu vollziehen. In diesem Falle würde ich sogar von einer Reflexbewegung sprechen, weil es ist ja normal, wenn man irgendwie was Heißes über den Körper geschüttet bekommt, dass man dann vielleicht die Arme hochhebt oder irgendwie sonst irgendwas macht. Dementsprechend wäre auch hier kein Handlungswille gegeben. Ja, im Grunde sollte das jetzt hier schon zum Handlungswillen gewesen sein. Ich denke mal, ihr versteht, wann dieser nicht gegeben ist und das sollte, wie gesagt, nie ein wirkliches Problem darstellen. Kommen wir zum zweiten Punkt und der ist schon wesentlich interessanter für uns und das ist das Erklärungsbewusstsein. Ich habe jetzt mal in Klammern Erklärungswille noch hingeschrieben, damit wir hier ein einheitliches Schema haben. Handlungswille, Erklärungswille, Geschäftswille und dann später erkläre ich euch nochmal im Gesamten, was diese drei Punkte eigentlich nochmal konkret auch auf sich selber bezogen bedeuten. So, kommen wir zum Erklärungsbewusstsein. Wann ist dieser zunächst einmal gegeben als kleine Definition? Dieser ist gegeben, wenn eine Person weiß, dass sie mit einer bestimmten Handlung rechtsgeschäftlich tätig wird. Heißt also im Grunde, der Erklärende, der muss wissen, dass er mit seiner Erklärung ein Rechtsgeschäft abschließen möchte oder abschließen wird, besser gesagt. Kurzes Beispiel, A legt in einem Supermarkt Waren auf das Fließband, um sie von der Kassiererin abkassieren zu lassen. Logischerweise, A legt in diesem Fall bewusst, also mit Handlungswillen zunächst einmal Waren auf das Fließband und hat auch Erklärungswillen, weil A weiß, dass dadurch, dass er die Waren auf das Fließband legt, wird die Kassiererin die Ware dann eben einscannen und dann eben den Kaufpreis verlangen. Somit hatte A hier auch Erklärungswillen oder Erklärungsbewusstsein auch genannt. Oder ein weiteres Beispiel. C fragt D, möchtest du meinen alten Fernseher für 50 Euro kaufen? D antwortet ja, sehr gerne. Die alte Schrottkiste fehlt mir noch in meiner Sammlung. Hier das Gleiche. D hat hier logischerweise Erklärungswillen. Er will den Fernseher hier 50 Euro kaufen. Der will auch mit seiner Erklärung rechtsgeschäftlich tätig werden. Dementsprechend wären das jetzt hier zwei Beispielfälle, wo gar keine Probleme vorliegen. Und ja, es sind auch kurze Beispiele, keine langen Dinger. Aber jetzt kommt's. Es gibt den Fall, bei dem das Erklärungsbewusstsein logischerweise manchmal auch nicht gegeben ist. Und an dieser Stelle stellen wir uns die Frage, was passiert eigentlich, wenn dieser Erklärungswille nicht vorliegt? So, und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt das klassische Beispiel der Trierer Weinversteigerung zusammen an. Ich denke, dass jeder Student, der sich diese Reihe jetzt vielleicht zur Wiederholung anschaut, aus Wiederholungszwecken, da wird schon mal was von der Trierer Weinversteigerung gehört haben. Für diejenigen, die sich das Ganze jetzt wirklich zum ersten Mal anschauen und sich auf die erste Klausur vorbereiten, was ja auch logischerweise im Erstsemesterkurs wahrscheinlich der Fall sein sollte, bitte merkt euch diesen Fall, den Fall der Trierer Weinversteigerung. Ich habe diesen Fall jetzt ein bisschen abgewandelt. Es geht jetzt nicht um Wein, sondern es geht um eine Playstation 5, aber das spielt gar keine Rolle, um was für einen Kaufgegenstand es gleich geht. Das ist überhaupt gar nicht entscheidend. Es geht einfach nur darum, was für ein Problem sich gleich für uns ergibt. Ich lese aber den Sachverhalt vor. Zakarias Z befindet sich auf einer öffentlichen Versteigerung, bei der das Handheben als Abgabe eines Angebots gewertet wird. Als gerade eine Playstation 5 von Auktionator A versteigert wird, hebt Z seinen Arm, aber nicht um ein Angebot abzugeben, sondern um seine Frau F zu sich zu winken. A wertet die Armbewegung des Z als Angebot und Z bekommt den Zuschlag für die Playstation 5 für 800 Euro. A besteht auf Zahlung des Kaufpreises, Z weigert sich zu zahlen. Das ist der Sachverhalt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie überhaupt bei einer Versteigerung, bei einer öffentlichen Versteigerung, überhaupt ein Kaufvertrag zustande kommt. Das ist so, dass wir natürlich bei einer öffentlichen Versteigerung einen Auktionator haben. Dieser ruft die Gegenstände auf, die versteigert werden sollen. Und dann gibt es meistens ein Startgebot. Das wird meistens auch vom Auktionator festgelegt. Und dann ist es so, dass die Personen, die im Publikum sitzen, die können durch das Handheben, meistens durch das Handheben, es gibt sicherlich auch Versteigerungen, wo das Ganze anders funktioniert. Ich kenne es jetzt nur durch das Handheben. Dann wird durch das Handheben ein Angebot abgegeben. Das Ganze geschieht übrigens nach Paragraf 156 BGB. Dort ist geregelt, wie bei einer Versteigerung eben Angebot und Annahme zustande kommen. Nicht über die Paragraphen 145 fortfolgende. Das ist ganz wichtig. Das schauen wir uns aber nicht an dieser Stelle an. Das ist jetzt für uns gar nicht mal so entscheidend. Ich möchte euch nur ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist es so, dass eben durch das Handheben ein Angebot abgegeben wird. Und falls irgendwer anders jetzt hingeht und überbieten möchte, dann kann er das gerne machen. Dann hebt er auch wieder die Hand. Dann gehen halt eben diese Gebote nach oben. Und später, wenn keiner mehr bieten möchte, dann erteilt der Auktionator dem Höchstbietenden eben den Zuschlag. Und der Kaufvertrag kommt zustande. So, das ist so der Verlauf deiner Versteigerung. Wir haben jetzt hier diesen Fall, bei dem der Z seine Hand hebt. Aber eigentlich wollte er ja gar nicht die Hand heben, um ein Gebot abzugeben, sondern um seine Frau zu grüßen. Und jetzt gehen wir mal einmal die ganzen Prüfungspunkte hier zusammen durch bei diesem Fall. Wir befinden uns im objektiven Tab schon an der Willenserklärung. Wir fangen also ganz vorne an. Wir fangen also nicht direkt beim Erklärungsbewusstsein an. und fragen uns, hat der Z hier ein Erklärungszeichen gesetzt bei diesem Fall? Bitte immer selber erst nachdenken. Von mir ist auch kurz das Video pausieren und dann antworten, weil das ist immer wichtig, damit ihr das Ganze wirklich versteht. So, natürlich hat Z durch das Handheben ein Erklärungszeichen gesetzt. Also das Erklärungszeichen wäre hier wirklich das Handheben. So, dann fragen wir uns, hat Z hier Rechtsbindungswillen gehabt? Hier versetzen wir uns in die Lage eines objektiven Empfängers und schauen uns an, eben aus diesem objektiven Empfängerhorizont heraus, ob anzunehmen ist, dass der Z hier mit Rechtsbindungswillen gehandelt ist, also mit dem rechtlichen Willen sich binden zu wollen. Und hier kann man natürlich sagen, okay, wenn man jetzt aus der Sicht des Auktionators das Ganze sieht, er hat eine Menschenmenge vor sich, dann hebt jemand die Hand, dann kann er davon ausgehen, okay, da hinten will jemand ein Gebot abgeben, dementsprechend liegt der Rechtsbindungswille hier vor. Dann würden wir ganz kurz gucken, was ist überhaupt der Inhalt der Erklärung? Hierzu können wir jetzt nicht ganz so viel sagen, weil wir nicht wissen, beziehungsweise doch, wir wissen, ja, er hat den Zuschlag für 800 Euro bekommen, natürlich, dann können wir sagen, okay, durch das Handheben hat der Z ein Gebot abgegeben, 800 Euro und dementsprechend würden wir an dieser Stelle sagen, dass, ja, Inhaltererklärung ist eben Kauf der Playstation für 800 Euro. So, dann würden wir zum subjektiven Tab schon der Willenserklärung kommen und dann würden wir schauen, okay, liegt hier der Handlungswille vor? Handlungswille liegt hier auch vor, Z wollte ja schließlich handeln, er wollte die Hand heben, dass er nicht das Rechtsgeschäft abschließen wollte, das ist jetzt mal dahingestellt, das spielt hier keine Rolle. Und dann stellen wir uns die Frage, hatte der Z hier auch Erklärungsbewusstsein? Und wir würden jetzt hier an dieser Stelle natürlich sagen, er wollte nur seine Frau herbeiwinken, er wollte gar nicht sich rechtlich binden, dementsprechend lag hier auch kein Erklärungsbewusstsein vor. Fragte ich jetzt jetzt an dieser Stelle noch, welche Rechtsfolgen sich hieraus ergeben, in diesem Falle für den Z. Und hier gibt es den allerersten Meinungsstreit, den wir zusammen hier besprechen werden und zwar ist es der Meinungsstreit darüber, welche Folgen das Fehlen eines Erklärungsbewusstseins mit sich bringt. Ja, okay, es ist nicht ganz der erste Meinungsstreit, wenn ihr die Hausaufgaben von der letzten BGB-AT-Folge gemacht habt, dann habt ihr ja schon den Meinungsstreit gemacht, wann ein Angebot bei einer Selbstbedienungstankstelle zustande kommt. Das haben wir allerdings nicht in der Vorlesung oder in der Reihe hier besprochen, sondern eben nur bei den Aufgaben. So, wie stellen wir einen Meinungsstreit dar? Das ist ein Punkt, auf den ich jetzt ganz kurz eingehen möchte, weil das ist wirklich wichtig. Viele Studenten machen das falsch. Wir müssen, und das ist das, was ich jetzt persönlich empfehle, zunächst einmal eine Ansicht darstellen. Es ist so, dass wir bei einem Meinungsstreit, sonst wäre es ja auch kein Meinungsstreit, verschiedene Meinungen oder verschiedene Ansichten darstellen. Ansicht 1, Ansicht 2, Ansicht 3 und so weiter. Es können auch 5 oder 6 Ansichten sein. Es ist aber auch oft so, dass wir nur 2 oder 3 Ansichten haben. In diesem Fall haben wir nur 2 Ansichten. Wir stellen die erste Ansicht dar und sagen, was diese Ansicht sagt. Wir stellen quasi darauf ab, was sagt die erste Ansicht dazu, welche Folgen ergeben sich bei einem Fehlen des Erklärungsbewusstseins. Danach subsumieren wir ganz kurz unseren Fall darunter und stellen fest, welche Rechtsfolge sich für unseren Fall daraus ergibt. Ich gebe euch ein Beispiel jetzt hier in diesem Fall. Die erste Ansicht, die sagt, es wird jetzt hier, wenn das Erklärungsbewusstsein fehlt, wird § 118 BGB analog angewandt, denn die Konstellation, dass das Erklärungsbewusstsein fehlt, das ist in etwa ähnlich mit der Konstellation des § 118 BGB. Das wäre jetzt quasi die Ansicht, was die Ansicht selber sagt. Und dann kommt hier unten noch die Subsumption. Was für eine Folge würde sich hier für uns ergeben? Hätte jetzt hier zur Folge, dass die Erklärung des Z nichtig wäre und mithin kein Angebot vorliegt. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt auf diese Schilderung weiter eingehe, noch mal ganz kurz auf den § 118 BGB eingehen. Ihr seht, wir kommen jetzt hier zu Punkten, die womöglich etwas schwieriger werden. Und das ist auch normal so, weil wenn ihr etwas neu anfangt, dann werdet ihr mit Sachen konfrontiert werden, automatisch, die ihr noch nicht kennt. Der § 118 BGB regelt die sogenannte Scherzerklärung. Also die Erklärung, die jemand aus Scherz abgibt, wo der Empfänger quasi schon selber versteht, dass es ein Scherz ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und meine Freundin frage zum Beispiel, ob sie meinen Goldring für 5 Euro kaufen möchte, und das mit einem Lachen auch noch vortrage, dann wird sie verstehen, okay, das ist nur eine Scherzerklärung. Selbst wenn sie dann sagt, ja, ich kaufe den für 5 Euro, kommt hier kein Kaufvertrag zustande, weil das Ganze unwirksam wird, eben aus dem Grund des § 118 BGB, weil ich nur aus Scherz diese Erklärung abgegeben habe, also dieses Angebot unterbreitet habe an meine Freundin. Die erste Ansicht sagt dann, dass dieser Fall des Fehlens des Erklärungsbewusstseins mit diesem Fall des § 118 BGB einhergeht. Dementsprechend, wenn das Erklärungsbewusstsein fehlt, ist auch hier die Erklärung nichtig und es liegt somit keine Willenserklärung vor. Das sagt die erste Ansicht. Dann stellen wir die zweite Ansicht dar. Auch hier stellen wir erstmal dar, was sagt diese Ansicht überhaupt. Die zweite Ansicht sagt in diesem konkreten Falle, dass man auf ein potenzielles Erklärungsbewusstsein abstellen muss. Heißt also, wir fragen uns, ob der Erklärende hätte erkennen können, dass er mit seinem Verhalten eine Erklärung abgeben wird. Wenn das der Fall ist, handelt er also mit Erklärungsbewusstsein, in diesem Falle mit diesem potenziellen Erklärungsbewusstsein. Und jetzt subsumieren wir auf unseren Fall. hätte der Z erkennen können, dass er durch das Handheben ein Gebot abgeben wird. Und hier würden wir ganz klar sagen, ja, natürlich, ganz klar. Denn es ist so, dass er sich auf einer öffentlichen Versteigerung befindet und Z muss wissen, dass er durch das Handheben ein Angebot oder ein Gebot in diesem Falle abgeben wird. Er handelt also mit potenziellem Erklärungsbewusstsein. Punkt. Das war's. Wir haben jetzt unsere zwei Ansichten dargestellt. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder die Ansichten kommen zum gleichen Ergebnis. Dann brauchen wir keinen Streitentscheid oder keine Stellungnahme. Das ist jetzt bei uns allerdings nicht der Fall. Habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Oder es gibt eben den Fall, wo die Ansichten zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Dann brauchen wir eben diese Stellungnahme. Ich empfehle euch übrigens immer davon, von Stellungnahme zu sprechen und nicht von Streitentscheid. Weil wir entscheiden den Streit jetzt eigentlich gar nicht richtig, sondern wir nehmen im Grunde nur Stellung dazu, was die Ansichten einzeln sagen. Und innerhalb der Stellungnahme, jetzt werden die Argumente dafür genannt, für die erste Ansicht und für die zweite Ansicht. Und dann entscheiden wir ganz am Ende, welcher Ansicht wir folgen. So, und zwar in meinen Augen nur so, wird ein Meinungsstreit oder eine Situation, die problematisch ist, dargestellt. Wenn ihr das so in der Klausur schreibt, eure Argumente noch mit, ja, oder die Ansichten mit guten Argumenten noch begründet, dann werdet ihr in der Klausur großen Erfolg haben. Weil das Darstellen von Meinungsstreitigkeiten ist auf jeden Fall mit das Wichtigste in einer Klausur. So, kommen wir zur Stellungnahme. Schauen wir uns an, was spricht für die erste Ansicht. Für die erste Ansicht spricht, dass der Erklärende geschützt wird und keine Willenserklärung abgibt, da er dies auch nicht wollte. Logischerweise, wenn wir beim Fehlen des Erklärungsbewusstseins davon ausgehen, dass wir eben einen ähnlichen Fall des Paragraphen 118 BGB haben, dann kommt keine Willenserklärung zustande und der Erklärende wird dadurch geschützt. Es passiert nämlich gar nichts, weil er wollte ja auch keine Willenserklärung abgeben. Was spricht für die zweite Ansicht? Für die zweite Ansicht spricht der Schutz des Rechtsverkehrs und des Erklärungsempfängers im Allgemeinen. Natürlich ist es so, dass der Erklärungsempfänger darauf vertraut, dass die Willenserklärung des Erklärenden auch tatsächlich so gewollt war. Dementsprechend ist er schutzwürdig. Außerdem sagt diese Ansicht und die entkräftet eben dann die erste Ansicht, dass der Fall des Paragraphen 118 BGB gar nicht in diesem Falle überhaupt mit dem Fall des fehlenden Erklärungsbewusstseins vergleichbar ist. Weil bei Paragraph 118 BGB geben wir ja bewusst eben diese Scherzerklärung ab, während wir beim Fall des fehlenden Erklärungsbewusstseins gerade unbewusst eine Erklärung abgeben, obwohl wir sie gar nicht abgeben wollten. Das ist eben hier die Differenzierung. Deswegen kann man hier nicht auf Paragraph 118 BGB analog abstellen. Vielmehr ist es auch so, dass der Erklärende selber dennoch geschützt wird, weil er eben später noch anfechten kann. Auch die Anfechtung schauen wir uns später noch zusammen an. Keine Sorge für diejenigen, die sich jetzt fragen, was ist denn bitte die Anfechtung? Lasst euch einfach erstmal berieseln. Später schauen wir uns alle diese Paragraphen noch zusammen an. Sowohl den Paragraph 118 als auch den Paragraphen 142 und auch den Paragraphen 122. Ich habe jetzt 1 BGB, denn das ist nämlich der Schadensersatz des Anfechtungsgegners. Da gehe ich jetzt gar nicht weiter darauf ein. Merkt euch allerdings diese Argumente, schreibt euch hier die Karteikarte auf. Auf der letzten Folie habe ich euch ja gesagt, wo ihr anfangen solltet mit der Karteikarte. Also kommen wir jetzt zum Ergebnis. Wir folgen logischerweise der zweiten Ansicht. Es sprechen wesentlich mehr Argumente für die zweite Ansicht als für die erste Ansicht. Gehen wir davon aus, dass das Erklärungsbewusstsein hier mit Hilfe des potenziellen Erklärungsbewusstseins bejaht werden kann. Somit haben wir jetzt Erklärungsbewusstsein jetzt auch hier abgeschlossen. Der letzte Punkt wäre jetzt noch der Geschäftswille. So, was ist der Geschäftswille? Wann liegt der Geschäftswille vor? Der Geschäftswille, das ist der Wille, mit der Abgabe einer Erklärung eine ganz bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen. Beispiel, K. kauft bei Bauer B 100 Kilogramm Äpfel. Frage an euch, hatte K. hier Geschäftswillen? Ja, er wollte dieses Rechtsgeschäft genauso abschließen. Heißt also, er wollte 100 Kilogramm Äpfel kaufen und er kauft auch 100 Kilogramm Äpfel. Dementsprechend hatte er Geschäftswillen bezüglich dieses Geschäftes. Greifen wir jetzt noch einmal Beispiel 6 auf. Also, sprich das Beispiel der Auktion. Der Z hatte ja hier, wie wir bereits gesehen haben, im Grunde kein Erklärungsbewusstsein. Wir haben ihm allerdings das potenzielle Erklärungsbewusstsein angerechnet. Frage ist jetzt, wollte er das konkrete Geschäft hier in diesem Fall abschließen? Jetzt können wir natürlich ganz klar sagen, nein. Das konkrete Geschäft, der Kauf einer Playstation 5 für 800 Euro, das wollte er hier grundsätzlich nicht. Punkt. Das heißt, wir hätten hier keinen Geschäftswillen. Nächstes Beispiel. Knut K. kauft bei Sven S. 1000 Kilogramm Pferdefleisch. Hierbei hat K. sich allerdings verschrieben, er wollte nur 100 Kilogramm haben. Auch hier wieder die Frage an euch, liegt hier Geschäftswille vor oder nicht? So, K. wollte ja nur 100 Kilogramm Pferdefleisch kaufen. Er wollte gar keine 1000 Kilogramm Pferdefleisch kaufen. Heißt also, dass K. hier in diesem Falle keinen Geschäftswillen hatte, denn er wollte das konkrete Geschäft hier eben über 1000 Kilogramm gar nicht abschließen. Er wollte nur 100 Kilogramm haben. Wenn wir jetzt nochmal nach vorne gehen und uns nochmal die Punkte davor anschauen. Handlungswillen hat K. logischerweise gehabt, weil er handeln wollte. Er hatte auch Erklärungswillen. Er wollte mit seiner Erklärung eine Rechtsfolge herbeiführen, aber er wollte eben nicht das konkrete Geschäft, was hier getätigt wurde, tätigen. So. Was passiert, wenn jetzt der Geschäftswille nicht vorliegt? Liegt dann keine Erklärung vor, also keine Willenserklärung? Nein. Eine Willenserklärung wird dennoch angenommen. Das heißt also, auch wenn der Geschäftswille nicht gegeben sein sollte, haben wir trotzdem eine Willenserklärung. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, im Grunde ist dieser Prüfungspunkt so ein bisschen in Klammern zu setzen, weil wir ohnehin in so ziemlich jedem Fall eine Willenserklärung annehmen können. Das wird deshalb gemacht, um den Erklärungsempfänger zu schützen, denn der Erklärende kann später ja immer noch anfechten. So. Ich möchte jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, wie ich bereits angekündigt habe, über den subjektiven Tatbestand einer Willenserklärung. Wir haben also im Grunde drei Punkte, die wir prüfen. Einmal den Handlungswillen. Und ihr müsst euch das Ganze so ein bisschen vorstellen, wie so eine Chronologie von Handlungen. Das heißt, wir fangen ganz oben an mit dem Handlungswillen. Und dann gehen wir immer eine Ebene tiefer und schauen uns an, wollte der Erklärende das konkrete Geschäft überhaupt so abschließen? Das ist die zentrale Frage, die wir uns hier stellen. Als erstes schauen wir uns an, hatte der Erklärende überhaupt Handlungswillen? Wollte er überhaupt handeln? Das ist, wie ich bereits gesagt habe, regelmäßig der Fall. Dann schauen wir uns an, wollte der Erklärende überhaupt eine Erklärung abgeben? Wollte er überhaupt eine Erklärung abgeben? Das ist der zweite Punkt. Und im dritten Fall gehen wir dann nochmal eine Ebene tiefer und schauen uns an, okay, er hat mit Handlungswillen gehandelt. Er hat auch mit Erklärungswillen gehandelt. Und dann fragen wir uns, wollte er das konkrete Geschäft überhaupt so abschließen? Und dann haben wir eben diese drei Stufen, die wir durchgeprüft haben und dann eben feststellen können, liegt die Willenserklärung vor oder liegt sie nicht vor? Da können wir die Willenserklärung bejahen oder können wir sie nicht bejahen? Ja, und im Grunde war es das jetzt auch schon für diese Folge. Wir haben den subjektiven Tab schon an der Willenserklärung besprochen. Wie immer findet ihr die Aufgaben und die Lösungen auf www.paragraf31.com.au Da könnt ihr euch einmal umschauen. Wir kommen auch gleich zu den Aufgaben. Ich möchte noch eine kurze Anmerkung loswerben. Ich habe bereits ein paar Mal erwähnt. Und ihr geht innerhalb dieser Prüfung der Willenserklärung nur dann genauer auf die einzelnen Prüfungspunkte ein, wenn diese problematisch sind. Wenn es völlig unproblematisch ist, dass bei einer Klausur A und B Angebot und Annahme abgeben, dann gehen wir hier nicht weiter darauf ein. Dann stellen wir dieses Prüfungsschema logischerweise nicht dar. Wir stellen das Prüfungsschema nur dann dar, wenn es wirklich problematisch ist. Das nochmal als kurze Anmerkung. So, und jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Aufgaben zusammen an. Es sind insgesamt zwei Stück für euch. Einmal eine Aufgabe zum Handlungswillen, nichts schwieriges. Und dann nochmal eine etwas saftigere Aufgabe, wo es insbesondere um Erklärungswille und Geschäftswille geht. Und ja, und dann nochmal eine dritte Aufgabe. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Ja, seht ihr mal. Hier geht es nochmal um den Geschäftswillen. Also explizit um den Geschäftswillen. Ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch sehr gerne einen Kommentar mal da lassen und mir mal sagen, wie euch das Ganze gefällt. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonstiges. Was ihr gerne loswerden möchtet, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gutes Lernen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paragraf 31.